Servus Leute, in diesem Video will ich euch mein Fazit zum Arena Patch von vor etwas mehr als einer Woche mal mitteilen und wo ich gerade Arena sehe, wo die Schwächen sind, was ich gut fand und allgemein wie die Zukunft ist, wie ich das einschätze, wo ich das Spiel in ein paar Monaten sehe und ja, alles in diesem Video. Viel Spaß! Wir sollten zuerst mal kurz drüber reden, wo wir jetzt gerade stehen mit Arena, was noch alles gepatcht wurde. Also es gab den Patch 0.1.5 vor neun Tagen, wenn ihr das Video seht und dann gab es auch direkt ein Drop-Event danach. Schauen wir kurz, also Improvements Ranked Mode, die haben das Preset-Tier-System eingeführt und man hat jetzt drei Tiers und man muss da wie jedes Tier immer die Presets freispielen und kann erst ins nächste Tier, wenn man fünf Presets in einem Tree freigespielt hat für das nächste Tier und das ist eigentlich eine gute Sache, sie haben dann auch recht schnell die XP reduziert, die man braucht, um das frei zu spielen und die sind auch ganz gut gebalanced, die Presets muss ich sagen, da wurde auch nochmal ein bisschen nachgebessert. Also steht auch hier Preset-System-Rework und das Leveling-System, man kann jetzt nur noch ein Preset pro Team wählen. Einige haben sich daran gestört, ich finde es jetzt nicht wild, ist eine gute Sache und es gibt genug gute Presets, die man spielen kann in jedem Tree, meiner Erfahrung nach und dann die Hitbox und das Armour-System von Tarkov wurde eingeführt. Das habe ich ein bisschen kritisch gesehen, weil ich gedacht habe, ah, ist da vielleicht ein bisschen random, ne, mit den Armour-Play-Systemen, aber es funktioniert gut, ich war angenehm überrascht und hat sich gut angefühlt und dann natürlich gab es eine neue Map, Chop-Shop für den Teamfight-Mode. Ich finde es ein bisschen klein für 5 gegen 5, sie ist wirklich klein und man läuft zwei Sekunden und hat im Prinzip schon einen Gegner vor der Nase, also ja, für 5 gegen 5 nicht die richtige Größe, aber das ist nicht so wild, sie macht trotzdem Spaß. Dann schauen wir mal kurz, was es hier so gab, wie gesagt, hier die XP, die man für die Tears braucht, wurde reduziert, dann haben sie die Arp geändert, dass man nicht mehr plus 25, minus 25 bekommt, sondern dass man, wenn man gegen ein stärkeres Team gewinnt, dass man mehr bekommt und wenn man gegen ein schwächeres Team verliert, dass man weniger bekommt und so weiter. Das Ranking-System braucht aber noch wesentlich mehr Feintuning als das, so viel kann ich schon mal vorweg greifen. Dann wurden natürlich nochmal die Presets überarbeitet, letzten Endes haben sie die Granaten nochmal massiv zurückgenommen und einige, ja, Balancing Changes und Granaten, ja, wie gesagt, waren eh sehr stark und das haben sie da insbesondere bei den Tier 1 Presets, haben sie die wieder rausgenommen. Und dann gab es noch eine Downtime, ein Technical Update, da ging es dann um die Hit-Registration, wurde da geupdatet und ich muss zugeben, ich habe seitdem noch nicht gespielt und ich weiß nicht, inwiefern sich das geändert hat. Aber, das ist die Sache mit Arena. Es ist so, dass wenig gespielt wird und warum das so ist, da reden wir jetzt einfach mal drüber und der Patch für Arena ist erst ein paar Tage draußen und auf Twitch sieht man die Viewerzahlen, ja, das sind ein paar hundert und die Spielerzahlen werden nicht viel besser aussehen. Es ist also sehr schnell runtergegangen, trotz eines Drop-Events. Ich habe es natürlich auch auf meinem Kanal gemerkt, ne, also, es kam der Patch, da war, ja, das Interesse ist schon da, ne, neuer Patch, schaut man halt mal rein. Beim Drop-Event hatte ich dann auch mehr erwartet und man hat dann auch recht schnell gemerkt, so als Streamer, es wurde sich schon öfter mal negativ geäußert von den Leuten. Und, ähm, das hat sich dann auch sehr schnell nach dem Drop-Event in den Viewerzahlen und auch wahrscheinlich in den Spielerzahlen wieder gespiegelt. Also, die sind sehr steil nach unten gegangen und woran das liegt, also, meine Meinung dazu ist, ähm, das große Problem ist das Ranking-System. Arena ist so designt, wie Tarkov auch, dass man halt, ähm, mit Zeitinvestment sehr erfolgreich sein kann. Aber bei einem, bei einem Competitive-Spiel wie Arena sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Man hat hier Matchmaking mit Ranked und, ähm, sowas sollte belohnend sein, wenn man gut ist, wenn man sollte auf seinem Rang spielen können, man sollte faire Matches bekommen und das ist im Moment einfach nicht der Fall. Hinzu kommt noch dieser Teamfight-Mode 5 gegen 5. Er ist nicht perfekt. Ich muss sagen, für mich, ähm, es hat Spaß, äh, es macht Spaß. Ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr Arena spielen, aber wie gesagt, ne, die Resonanz auf Twitch ist einfach nicht gut. Und ich musste einfach auch ein bisschen an meinem Stream denken. Es ist halt was komplett anderes als das normale Tarkov und, ähm, es macht, ja, normales Tarkov ist einfach für den Zuschauer interessant dazu zuzuschauen und, ähm, Arena ist halt einfach, ja, schnelle Action und man kann halt ein bisschen zuschauen und, aber es wird halt auch recht schnell langweilig, habe ich mir. Von einigen, einige haben das so gesagt, sagen wir es mal so. Und, ähm, ja, das Ranking-System zum selber spielen, es ist einfach, äh, wenn man bloß ein bisschen spielen will und, ähm, da unten aus 1500 bisschen rausgespielt hat, dann hat man da schon Spaß mit Arena. Ich muss sagen, es ist, äh, ganz gut gebalanced, äh, die Presets und sowas finde ich gut und es spielt sich gut, die Performance ist, glaube ich, auch ein bisschen besser geworden. Und allgemein geht es in die richtige Richtung, aber das Ranking-System geht nicht in die richtige Richtung und ich hoffe, dass da in Zukunft nochmal was kommt. Das große Problem ist jetzt, alle Spieler sind im Prinzip geballt um 1500, ein paar haben über 2000 angefangen und es, es ranken bloß die Leute hoch, die viel spielen, die halbwegs gut sind und viel spielen, die ranken hoch und haben dann auch, ähm, ganz gute Games. Aber es gibt, äh, so viele Spieler, die einfach um 1500 sind, die, sagen wir mal, mit einer 50-prozentigen Win-Rate da sind und, äh, die ziemlich auf der Stelle treten und, äh, irgendwie überhaupt keinen Anreiz kriegen, da einen höheren Rank zu erreichen, außer sie hauen da hunderte Spiele rein, was überhaupt keinen Sinn macht. Also ich finde, jeder sollte halt von Anfang an irgendwie geplaced werden mit Placement-Matches oder ähnliches, wie das umgesetzt wird. Das ist, ähm, jetzt nicht Thema, aber, äh, es sollte so sein, dass jeder recht schnell auf seinem Rank ist, der seinem Skill entspricht und dann, ähm, ausgeglichene Spiele bekommt und, ähm, nicht so eine, ja, sagen wir mal, eine Elo-Hölle um 1500 entsteht, wo Teamkill ist, Leute liefen, wo, äh, wo es einfach nicht angenehm ist zu spielen und dann auch schnell die Lust vergeht. Ich selber hab das nicht so arg erlebt, weil ich hab auf 2000 angefangen und hab dann hochgespielt, also das mit Teamkill und so, aber ich hab's mir erzählen lassen und ich kann's mir gut vorstellen, dass das entsteht. Da gibt's auch keine wirklichen Mechaniken, die das verhindern und so, die braucht's natürlich auch noch und, ähm, ja, aber allgemein dieses Rankingsystem. Man sollte die nicht so guten Spieler auf ihrem Rank haben und die sollten sich nicht mit den besseren Spielern überschneiden und es ist tatsächlich so, dass halt auch Rang-1-Spieler dagegen Leute spielen, die irgendwo auf 1700 sind und, äh, die haben 4000er-Rating, gegen die 1700 und die werden noch zusammen gematcht, weil halt die von oben überhaupt keine Gegner mehr finden, weil sie, ja, die 1, weil's nicht so viele Spieler gibt, die da hunderte Games reinhauen oder auch hunderte Stunden inzwischen oder, ja. Ja, und, ähm, dass da viele aufhören, das kann ich total verstehen und, ähm, ich seh diesen Patch auch deswegen, ja, als gescheitert an, aber das Potenzial von Arena ist trotzdem noch da und PSG macht da natürlich auch noch weiter und, ähm, ich hoffe, dass mit dem nächsten Patch das Spiel, der nächste Patch ist ein Content-Patch, bei dem, äh, die, die Accounts verknüpft werden sollen, bei dem man Arena und Tarkov dann zusammen verknüpft hat, ähm, ich denke nicht von Anfang an, ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem nächsten Vibe passiert, dass da ein Arena-Patch kommt und Vibe und dann, wenn man ein bestimmtes Level in beiden erreicht hat, Level 30 oder so, hab ich, glaub ich, mal gehört, ich bin mir da nicht sicher, nagel mich nicht darauf fest, dass man, wenn man Level 30 in Arena ist und Level 30 im normalen Tarkov, dass man das verknüpft, dass dann die Skills, ähm, äh, dieselben sind und dass die Rubel dieselben sind und dass man dann entweder in Arena Rubel farmen kann oder im normalen Tarkov, dann wird es wesentlich interessanter, hoffe ich und ich hoffe wirklich drauf, dass wir dieses Ranking, dieses Rating-System nochmal überdenken oder dass wir zumindest einführen, dass man, ähm, personalisiertes Rating bekommt, dass, wenn man gut spielt, viele Kills macht, aber trotzdem verliert, nicht viel verliert, vielleicht sogar Plus macht, je nachdem und, ähm, dass man da etwas Belohnung bekommt, weil jetzt gerade die Ranks, ich finde, sie bedeuten gar nichts, man spielt halt, um zu spielen, aber es ist, es fühlt sich nicht so an wie in CS oder, ja, Valorant habe ich selber nie gespielt, in anderen Ranked Games, da hätte sich BSD schon mal einiges abschauen können, sie machen es wieder so, ja, Learning by Doing, sie machen es auf ihre Weise, aber leider ist es so, sie haben ja versucht, diesen Patch zu pushen mit dem Drop-Event und, ähm, das ist leider gescheitert und das, das sollten sie nicht, äh, nicht zu oft wiederholen, sag ich mal, mit den Patches und ich hoffe, dass sie daraus lernen und dass sie da auch die Probleme sehen und dass sie da das verbessern, aber bis dahin ist halt jetzt, ähm, bis zum nächsten Patch ist Arena erstmal wieder raus, das werden ein paar Monate sein, ähm, als Streaming-Game nicht so interessant, ich werde es vielleicht off-stream noch ein bisschen spielen und euch weiter berichten, aber bei mir auf dem Stream wird es natürlich jetzt wieder normales Tag aufgeben und ich habe es auch von vielen von euch gehört, ja, es ist einfach nicht interessant, viele von euch spielen noch, aber dann sieht man halt so als Beispiel, dass man da gegen extrem hohe geratet, oder dass Leute gegen extrem hohe geratet werden und das macht dann einfach auch keinen Spaß und dann ist die Motivation auch schnell flöten und man sieht es einfach an den Viewerzahlen und äquivalent dazu kann man auch davon ausgehen, dass die Spielerzahlen nicht so hoch sind. Die haben jetzt Tier 3 unlockt und die davon aus, da wird man nicht so die Games finden und das ist halt auch, das ist ein Problem und so ein Spiel wie Tag auf Arena sollte eher von Anfang an motivieren, dass man da Bock hat und seine Ranks ein bisschen grindet und schnelle Spiele haben kann, ohne dass man da jetzt immer wieder Teamkills hat und sonstiges und dann gegen bessere spielt und dann einfach bloß noch gestompt wird. Das sollte nicht sein und ich hoffe, dass BSG da noch ordentlich nachbessert und ich sehe wirklich die Zukunft von Arena sehe ich so, wenn dann die Accounts verbunden sind und nicht mit dem nächsten Patch kommt es, aber vielleicht Sommerpatch, dieser PvE-Modus, da freue ich mich besonders drauf, wenn dann, ja, Overrun heißt da glaube ich der Modus, ich gehe davon aus, dass man da mit seinen Mates zusammen, mit bis zu fünf Leuten, einfach Scaffwellen abwehren kann, PvE, und da kommen dann wahrscheinlich auch Bosse und sowas und dadurch, dass die Accounts dann verbunden sind, Google farmen kann und das einfach so als Alternative fürs normale Tag aufnehmen kann und man da ein paar schnelle Runden, wo man schön ballern kann. Dessen Modus, da sehe ich das, dieser fünf gegen fünf Teamfight Modus, jetzt kommt im nächsten Patch noch ein Last Hero, also Solo Modus, aber der Modus ist nicht so gut, aber ich sehe tatsächlich da bei diesem PvE-Modus einen Haufen Potenzial und ich habe da immer noch Vertrauen in BSG, dass die da weitermachen und das richtig auf die richtige Bahn bringen und wir dann in Zukunft, ja, im Lauf der Jahre, so sage ich es mal, da ein wirklich gutes Game haben, eine wirklich gute Addition zu EFT, das uns dann weiterhin immer noch erhalten ist, natürlich als Survival-Game und dass das gut Hand in Hand gehen wird, aber der jetzige Patch, den sehe ich leider als gescheitert an und dass ihr im Arena erstmal wieder eine ordentliche Downtime habt, bis da der nächste Patch kommt und dann hoffe ich das Beste und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wo ihr die Probleme seht, was euch gestört hat, ob ihr ja noch Arena spielt oder ob ihr da überhaupt Bock drauf habt, lasst es mich wissen, da gibt es sicherlich einige, die dazu was sagen wollen und ich bin übrigens leidens täglich live auf Twitch, mit normalem Tag auf den Tisch, schaut mal vorbei, Link unten in der Description beim ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen da oben, wie gesagt, einen Kommentar und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch, in dem Sinne, macht's gut und bis dann! Bis jetzt! Bis dann!